Wir haben so sehr auf den nächsten Skandal gewartet und wurden nicht enttäuscht. Hähnchenfleisch hat gegen Antibiotika resistente Keime im rohen Zustand. Also riskant ist nicht das Essen, sondern die Zubereitung. Ich bin vorsichtig. Ich lasse die Hähnchenschnitzel nur von meinen bekifften Mitbewohnern in die Pfanne legen. Der ist auch gegen alle Keime resistent. An alle anderen, die eindringliche Warnung, bitte erst das Hähnchenfleisch gut durchbraten und es dann aus der Verpackung nehmen. Morgen geht's weiter.